Leute, angeln! Nein, mein Amigo! Hm. Willi, nein! Der Hund, Alter! Du Huren! Der arme Hund muss schwimmen! Der hat Prothesen! Nein, mein scheiß Hund! Du musst doch hier rein! Nein, Alter! Das scheiß Boot an der Hund! Der kack Hund schwimmt! Der kann nicht schwimmen! Der an der Prothese! Ist ja noch ein Kriegsboot, oh Gott! Wir greifen deutlich das Kriegsboot an, schau! Das ist der Hund! Das ist der Hund! Halt doch an! Der arme Scheißhund! Aber ho, das war vom letzten Mal, was ich meinte mit den 300 Far Cry Credits! Kann ich das kurz mal zeigen? Hier kann man sich, Dings, hier Himmel und Hölle! Oder, wo ist das? Äh, Retail-Death-Shop oder was? Pistole, Maschinen... Oh, Sniper! Ach nee, das ist vorgestellte! Ja, der Season Pass, das wird auch noch geil mit wahres Kopf! Hier, von dem aus Far Cry 5 und von dem aus Far Cry... Ich weiß nicht, ob der das aus 3 oder aus 1 war, der Schurke! Also, das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, mir auch noch holen! Aber, das ist wirklich asozial! Hä! Irgendwie haust das Geldes mäßig aus! Ich weiß nicht, ob ich das andeuten soll! Aber, naja! Wo ist denn das, was ich meinte? Hilfsmittel! USB-Songs, da! Da kann man halt, deckt die Fundorte aller USB-Songs in Jahre auf, um zusätzliche Musik freizuschalten, die du in deinen Fahrzeugen abspielen kannst! Ich weiß nicht, ob man mehr da so kriegen kann, also, da gibt's ja mehr Collectibles, aber ich glaub, die muss man wirklich alle selber! Und hier kann man sich halt noch Pesos kaufen, aber... finde ich etwas dämlich! Und hier halt nochmal die Preise! Ich find, ach... Wenigstens geht sie nicht zu 100 Euro, weil ich find, bei so welchen Spielen, bei Fortnite oder bei PUBG oder bei Apex, kann ich das verstehen, so als Währung noch dazu, aber das ist ein Spiel, was man ja spielt und dann ist Ende! Ja klar, Fortnite spielen die meisten Leute auch gefühlt, nur drei Runden und dann Ende, aber... Ihr wisst, was ich meine! Das Spiel würde höchstwahrscheinlich nie wieder ein Update kriegen! Außer jetzt mit dem letzten DLC! Oder ob der ganze DLC schon draußen ist, weiß ich gar nicht! Ich glaub, zwei sind aber auf jeden Fall! Auf jeden Fall wär das bei den Trophäen angezeigt! Wo wollen wir denn jetzt hin? Kajo Villereel! Ist das die Insel da? Ach, da will ich sowieso hin! Ne, ich weiß nur, wie der Leuchtturm heißt, geil! Ich brauch nicht wissen, wie die Insel heißt, ich brauch nur wissen, wie der scheiße Leuchtturm heißt! Warum soll ich hier angeln lernen? Carlos hat keinen Plan! Sein Plan ist folgendes! Der Hammer Hund! Sag bloß niemandem... Wo ist der Hund? Sehe ich das irgendwie auf der Map? Wo ist der Hund? Da, er schwimmt da! Unbefugtes Betreten! Ah! Wirst du jetzt so eine Mission oder was? Kannst du den Hund bitte mitnehmen? Der hat eine Prothese, der kann nicht schwimmen! Vielleicht doch, aber das ist etwas schwieriger! Ah, ich sehe schon, hier wird es Ballaballa geben, oder? Ui! Oh! Als ob der mich nicht gesehen hat, also bitte! Wie fliegst du mit Augenklappe? Ja, ich brauchst du mexikanische? Der Tabak hier draußen wurde vivieroffiziert. Wir können nicht mal unser eigenes Kraut rauchen. Kommen mir das! Oh! Und das ist ungetun! Wie José! Dass den wir tot müssen! Das ist ein wichser Castillo! Nantons beschissener Neffe! Lo veo y no lo creo! Was macht er? Er... Er redet mit dem Teniente nachdem wir suchen... Er wird mehr wie ein Wissenschaftler. Schalten wir José aus? No, no! Su name Teniente! Hm, scheiß drauf, alle oben liegen. Hahaha! Ah, da wurde jemand befördert. Oh! Scheiße! Hey! Da drüben! Ich kann mich mal ins Supremo jetzt den Hubschrauber runterholen. Dauert keine zehn Sekunden. Hier, Kleiner! Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hinwill. Lass uns nach Informationen suchen. Na dann, Lars. Vielleicht hilft uns sein Freund beim Hubschrauberlanderplatz. Tja! Ratinga! Weg! Warum ist der Heli jetzt weg? Legen wir die ganze Insel um? Perfekt! Super! Okay, Josef Casti... Warte, ist das der, den wir... Josef Casti... Ich dachte, der wäre hier oben. Das Gebiet passt doch viel mehr. Hier irgendwie sein Anwesen auf dem Berg oder so. Oder hier. Weil hier ist Gebiet Level 7. Da unten ist Gebiet... Hier... Keine Ahnung, nicht definiert. Ist der jetzt da oben? Aber hä? Ne, der ist da unten. Hä? Hä? Das Gebiet ist so fett. Ja gut, nicht unbedingt fetter als die, aber... Hä? Ihr hättet gesagt, dass der da oben ist, aber nicht direkt am Dingsgebiet. Und die Sniper-Schüsse, die waren... Ah, schon eine 3 von 10, weil... Ich hab zwar getroffen, aber... Der Typ hätte... Hätte er das bemerkt... Mich so verpfiffen. Weg. Oh, Sniper. Ich liebe es. Man merkt es direkt. Aber ich brauch ein bisschen besseres Sniper, weil die ist ein bisschen... Okay, hier kommt man nicht rein. Da sind welche. Jetzt kommen hier welche. Weg. Ihr merkt schon, so ein leichtes Sniper wird ein bisschen besser. Ich seh den leider nicht. Blöder Hund. Ausgehoben. Ich muss sagen, einmal durch. Entsorgt. Weiter. Ach, warum ist Sniper-Moot nur so teuer? Okay, von der Seite rückt irgendetwas an. Ich kann grad nicht sagen, ob es eine Person oder ein ganzer scheiß Panzer ist, aber... Noch juckt's mich nicht. Aber krass, wie die sich gegenseitig degradieren und befördern. Also degradieren ist ja wirklich das Ende. Den muss ich zum Dingspunkt bringen. Aber hier ist, glaube ich, keiner. Oh, hier komm ich nicht leben von der Insel. Nice. Also mit dem Ding komm ich nicht leben von der Insel. Ich komm natürlich leben von der Insel. Ja, außer ich find wieder so ne Boje. Das könnte das Ende sein. Das ist aber schön, dieses Versor. Schade, dass hier wirklich keine Zivilisten mehr sind, weil die alle weggelegt haben. Meine wahre Freunde ist, weil sie schenkt ein Schank für eure unsterbliche Träume. Wo ist denn die Schiffe? In der Sonne. Ich suche mir dein Recht. So, okay. Die müssen immer noch herausfinden, wohin der Wissenschaftler verschwunden ist. Oh, das war ich jetzt so kacke. Was ist da? Das ist ja ein schrottes Boot. Maul. Snipen tun nur ich. Was ist denn nur nicht so? Benzin. Keine Ahnung, was Benzin an den Schafschützen ausposten macht, aber... Hey, ich hinterfrag's nicht. Au, oh, das sind unsere. Warum wurden die mir nicht markiert? Headshot? Ich wusste, die wackelt. Wie kann's sein, dass da ein Boot kommt? Ist das ein Panzer? Nein, ich gebe mir die Shotgun. Ist sie gut? Ja, wir haben ein Boot. Die Insel gehört uns. Bis auf... Oh, der Shot. Oh, ich komme. Der war... Grandios. Schade, dass es keinen Erfolg gibt mit irgendwie so'n 100-Meter-Snipe oder so machen. Oder? Ich weiß gar nicht, ob es einen gibt. Das ist krank. Selbst für Cossés Standards. Wo willst du hin? Du warnst hier niemanden. Was für Fick dich. Schaschlick. Schaschlick. Kacke, und ich mag die Rassen sowieso nicht richtig. Offizier, dein Rang wird dich nicht beschützen. Die Rang wird dich nicht beschützen. Meine Fresse. Nichts funktioniert hier gescheit. Einmal durch den Nacken, bitte. Danke. Oh, der Helikopter. Arriba, 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 Arriba. Tschüss. 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 Junge, ich liebe das Ding. Schatz. Tschüss. 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 Haha. Boah, bist du kacke. Bleib liegen. Also, so kacke... Ich darf nur mit Shotgun schießen. Was ist das für ein Ding? Was ist das für Müll gewesen? Tja, Plastik, Schrauderschina. Ich bin mal wieder ein bisschen Muni. Und da haben wir... Keine Muni, haben wir hier Muni. Nein, immer noch nicht. Hallo, ich bin auch Muni. Das ist einfach mal wieder ein Nachladen. Da ist hier. Ah, nee, Schlimmes. Ja, ähm... Ist das Muni? Nein, das ist Müll. Du bist nett, oder? Ja. Warte mal, überlegen, mich umzubringen. Da kommen Leute. Schlimm, die Snider. 200er. Ja. 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 Villeu! 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 Bäh! Oh pfff Neheh! Müll. Scheiße. Wie nennt man Biker ohne Leben? Weiß ich nicht, sind tot. Hehehe. Kacke, dass es wieder gut bleibt. Alter, ich liebe diese Schrotflinte. Warum hab ich die nicht gleich gehabt? Da bin ich durchs Feuer durch. Natürlich treff ich nicht. Ich muss doch richtig selbst um. Mann! Ich kann so nicht zielen! Maul. Wer ist hier noch am Leben? Ach so. Maul. Ich bin nicht. 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 Das ist keine Technik. Futschies. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Treffer. Nein! Mann, zünde doch nicht noch mehr an. Nein! Mann, diese Kacke! Diese verfickten Durex! Weg damit! Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen soll. Boah, die Kacke im Treffen. Ab ins Wasser. Der Bruder hat Vivo geholt, aber... Ist nicht geschafft. F. Deine Augen sehen gar nicht so kacke aus. Hä, ich hab den Punkt schon lange gehabt? Ne Junge, ich nehm den Leuchtturm ein. Ne. Ich hab Prioritäten. Ach, du bist die Spezialeinheit. Du bist ja supergut. Mir gehen die Pammoni aus. Was ist das denn für Scheiße? Ich bin ein Suchgebiet... Ah, ich soll hier... Oh! Ich hab jetzt 20 Minuten irgendwas anderes umgebracht. Ja, Sex! Das ist, was wir wollen. Scheiß auf Sklaven. Sex. Okay. So. Maul. Wo muss ich hin? Was muss ich suchen? Der Tote nahe den Heil-Pet könnte etwas... Ah! Ich soll einen Toten in der Nähe eines Heil-Pets finden. So. Na, die ist da. Oh! Hier! Hier! Drei Meter abstand! Lass mich nach dran! Bleib schön! Oh! Hey, lass mich nah dran! Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich kann die Irgendwie nicht absuchen, wenn die ganze Zeit ganz die Spezialeinheit kommt. Ich habe mich gefühlt noch nie richtig erwischt haben. Hä? Hä? Wo muss ich denn... Der... Der Tote nahe dem Heil-Pet. Oh Gott! Mann! Scharfschützen? Mach uns aus der Ferne! Das war aber nicht gut in der... ...in der Akademie verschieben! Noch ein Boot mehr für mich. Kannst du mir sagen, wo ich das suchen kann? Ganz Boote! Ah, ich muss noch verfehlen, haha. Natürlich. Nee, hier ist nicht mehr das Suchgebiet. Hier rein. Der toten... Der toten... Der toten nahe dem... Dings. Der toten nahe dem... Heilpad. Wo ist ein Heilpad? Ich würde sagen, hier vorne irgendwo. Das sieht so Märkipi-mäßig aus, oder? Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Hier ist ja noch das... Ah, stimmt. Der hat ja jemand auch. Ein Abend auf Caio Villara. Sehr geehrter Tee Lopez, als Anerkennung für ihre herausragenden Dienste zum Wohl eines wahren Jahres lädt sie der glorreiche General José Castillo, Kommandeur der Elvende Luftwache, großer Vorsitzender der Vivo-Unternehmung, in Medruga, Achilles der Fabrik, allerseits beliebter, wahrer Iraner und trägt den Löwen. Herzorden für herausgebenden Mut herzlich ein. Einen exklusiven Abend voller Spaß und Exzesse zu begehen. Und zwar in seiner Privatresidenz am nördlichen Ende von Caio Villarell. Also ist das doch nur seine Dingsresidenz. Das ist nicht sein richtiger. Also hatte ich recht, dass das da vorne ist. Drinks, Geschenke und Gleit... Gleitmittel werden bereitgestellt. Bitte antworten Sie so schnell es Ihnen möglich ist, um Ihre Teilnahme zu bestätigen. Ah, der wollte ihn herlocken und ihn zu... Hier steht kosherat eine Villa auf der Nordseite der Insel. Dingsen. Weg mit dir. Mäßig. Ja, Leute. Ja, kacke, der Pat ist nach 16 Uhr. Er ist online. Fuck. Ah, da... Ist das da sein Anwesen? Ich brauche den Ö... Keine Ahnung. Aber da... Da wäre ich ja schon drauf gekommen. Amin, ich habe den Leuchtturm eingenommen. ich kann doch das andere einnehmen du bist zwar nicht denkbar das ist der geile hunde aber naja kommen jetzt junge junge mit den ganzen sachen die ich jetzt schon gesammelt habe was ich damit alles machen könnte ich norm das läuft jetzt ab wie immer wenn ich ein töte geht es auf maximum wenn es über der hälfte ist und jetzt läuft das halt so runter aber ich will nochmal gucken ja der kriegt wirklich keinen schaden aber warum hat grubbo denn immer schaden gekriegt wenn ich ihn bewusst angeschossen hat vielleicht war er nur so ein kleiner highlight wie die meine spur verloren haben sollen weil sie auch nicht ich sollte mal auch wenn die ganze zu schießen aber naja ja wie er will weißt du kosher hat hier irgendwo ein computer ich will die sniper nicht als primär war ich will die fk 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 Hör auf, Turrets zu bauen. Die krieg ich... Die kann ich nicht aus. Scharschütze weg. Hör auf, Turrets zu bauen. Ich bring dich um. Kann mir jemand mal die Sniper weglegen? Ich hasse es. So, die auch... Warum treten immer Frauen wieder? Ja, es geht mir so. Scheiß. Scheiß. Oh, das ist aber super, dass du ein Geschwitz hast. Tschüss. Ach, du auch. Schieß doch mal. Halt nachladen. Hast du super gemacht. Danke für deine Dienste. Lad einfach nach. Was ist das? Was ist das? Deinem Rennen war der Dienste... Das war's. Leo, verrufen irgendwas... Leo... Oh, hey. 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 Hey, hey. Hey. Beschädigt, was für? Oh, ähm, ich nutze den Was? Als ob die mich übersehen haben Geh raus Ob ich da so nicht rauskomme? Was ist das für ein Müll? Geh doch raus, muss ich jetzt nicht die scheiß Treppen dafür nehmen Scheiße, wir haben Luftunterstützung Boom Scheiße Die haben Luftunterstützung Warum hat das eigentlich keine Emotes? So dass man hier so DJ Jetzt kommt ein Schiff Ich will das aber geil Hey, gefunden Blutrauschpistole Ja, die von seiner Mutter Tagebucheintrag Diego, dieser kleine Hure Diego, dieser kleine Hurensohn Anton hat die Autobahn bei Seguda Nach ihm benannt Diese Autobahn hätte meinen Namen tragen sollen Was habe ich denn gerade gekriegt? Ubisoft Care Okay, Unomento Ah, war Cry6 vor einer Minute Sammle fünf Ah, ich habe Dings gekriegt für Pistolen Ich sammle mal eben, aber trotzdem meine Dings ab Gibt es noch mehr? Was ich abholen kann? Für etwas kämpfen Schalte 50 Millionen Soldaten aus Yes, Sir Ne, 500 Millionen Sorry Na gut Ich habe Ich habe genau Ich habe erst 22 Millionen Schade Ne, ich habe 69 Das soll so bleiben Aber das schaffe ich glaube ich nicht Na, ich gehe mal wieder raus Damit Ihr auch mal ein Moving Bild habt So Das muss ich aber kurz Das muss ich mal eben Screenshot machen Diego, dieser kleine Hurensohn Junge Wie mad kann man sein Ui Munition Ich brauche mehr Heiliger Tisch Sieht gay aus Na Ich würde sagen, bevor es weitergeht Wobei ich rüste extra noch hier die Pistole glaube ich aus Ich habe gerade eine auf zwei Schaden weniger geschwindig Oh Gott, ist die Kacke Junge, Junge, ist die Kacke Gut, ich rüste dich nicht aus Aber ich beende den Part Tschüss Ich bitte